Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin und ich begrüße euch zu einem neuen Review, Hardware Check Video, ich weiß noch nicht, wie ich es nennen werde, ich habe mich bewusst dafür entschieden, das mal nicht vor der Kamera direkt zu machen, sondern mit meinem Overlay am PC, wie ich auch streame. Der eine oder andere hat ja mitgekriegt, wenn ich streame, dann habe ich momentan immer den Nelken Revolution Unlimited benutzt. Ja, und um den geht es jetzt hier auch. Hier wird auch irgendwo links, rechts, unten, oben, irgendwo wird Werbung stehen. Ich habe den netterweise von Nelken zur Verfügung gestellt bekommen, für Videos und zum Benutzen, um zu gucken, wie er ist. Nach dem Video muss ich ihn aber leider wieder zurückschicken, die Testphase ist vorbei. Ändert aber auch nichts an meiner persönlichen Meinung. Ich habe mir auch den anderen Nelken, den ich habe, und einen Standard PS4 Controller zum Vergleich hierher geholt. Software kommen wir auch noch im Video drauf. Fangen wir erst mal mit dem an, wo er liefert wird. Das hatte ich ja schon gezeigt, aber viele gucken ja dann immer das Unboxing nicht. Das ist in dieser Form für einen schönen Karton. Und da haben wir dann so einen Case dazu gekriegt. Auch da steht Nelken drauf. Den Controller habe ich ja schon draußen. Wir haben einmal ein Putztuch für den Controller. Hier sind die Wichter und so drin, da kommen wir gleich dazu. Hier ist der USB-Dongle. Den zieht er dann hier oben die Kappe ab. Und dann steckt er das in eine Playstation drin. Und wenn, ihr könnt da auch anwinkeln, könnt da hinten vorne ran machen, das ist scheißegal. Wenn euer Controller sich mal nicht, also anmachen die Playstation geht damit nicht. Das muss ich schon mal so sagen. Aber ist auch eigentlich, ich mache es sowieso mit dem normalen an und entscheide ich mir den an. Wenn ihr das mal nicht verbindet, das gilt auch für den, also für den normalen. Der hat hier keine Zusatzfeatures. Das ist einfach nur der normale Nelken. Auch der hat USB. Wenn das mal nicht funktioniert, damit der Controller mit dem Dongle hinhaut, dann einfach diesen Knopf hier drücken. Und dann müssten die sich wieder aufeinander einstimmen. Controller ausmachen, anmachen, vorher den Dongle drücken. Also bei dem habe ich Erfolg gehabt. Bei dem hatte ich es einmal, bei dem hatte ich es gar nicht. Aber ich sage es halt nur mal vorher. Bei dem hatte ich es zweimal. Da habe ich dann halt den Controller angelassen. Und hier einfach den Knopf gedrückt. Und dann blinkt der so. Und dann haben wir sie wieder verbunden. So, dann haben wir auch hier noch, auf dem Tuch steht auch noch Revolution Unlimited. So, machen wir mal nach oben. Hier haben wir oben noch ein Kabel. Den brauchen wir nachher noch. Also ich habe ihn sonst eigentlich nur ein einziges Mal gebraucht, den Kabel. Weil zum Aufladen kann ich meinen nehmen. Und dann halten wir die ganze Zeit drin. Einmal nur zum Einstellen. So. Und dann haben wir hier noch eine Box. Ich habe Angst, dass mir wieder alles hochkommt. So. Hier haben wir Gewichte drin. Also hier in der Mitte kommen eigentlich auch noch Gewichte drin. Die sind jetzt im Controller. Also wir haben zweimal 10 Gramm. Zweimal 14 Gramm. Und eingebaut habe ich jetzt, das weiß ich aus dem Kopf gar nicht. 16 Gramm habe ich eingebaut. Da würde ich mir noch wünschen, dass es vielleicht auch noch mehr gibt. Also 20 Gramm zum Beispiel. Oder 21 Gramm. Aber das ist wirklich Meckern auf ganz, ganz hohem Niveau. Dann haben wir... Ich muss aufpassen, dass mir das nicht runterfällt. Für die Analog-Sticks. Einmal einen glatten. Hoppala. Und einmal einen, wo... Man könnte jetzt schlecht sehen, denke ich mal. Wo Nelken draufsteht. Ich habe die Standardteile draufgelassen. Die werde ich euch auch gleich zeigen. So, dann kommen wir schon... Das war schon zum Mitgelieferten. Das ist auch wirklich sehr robust. Also kann ich euch echt nur... Sagen, geile Sache. Ich habe die Standardteile drauf. Das ist einmal dieser hier riffelte. Ihr seht schlecht, dass das hier riffelt ist. Das ist hier riffelt drin. Und einmal da mit der... Wo ist denn das hier? Da. Mit der Schlange. So. Wir haben aber auch noch die Möglichkeit... So. Ich nehme mal hier den unteren Niveau einfach mal ab. Den können wir einfach abziehen. Und austauschen. Wir können aber auch... Dann sieht das so aus. Diese Kappe hier. Austauschen. Wir haben drei verschiedene. Die zeige ich euch auch gleich vom Durchmesser. Also wir haben einmal den. Den habe ich benutzt. Der ist sehr dünn. Dann haben wir einen... Einen dicken. Und einen noch dickeren. Ne, das ist der dünnere. Das ist der mittlere und das ist der ganz dicke. Wozu brauchen wir sowas? Wenn ihr... Warte, ich muss den noch drauf machen. Wenn ihr das drauf macht, begrenzt ihr praktisch dadurch die Bewegung. Also wie weit der rumgehen kann. Muss aber in der Software eingestellt werden. Also es funktioniert nicht, dass er das einfach nur macht und dann ist okay. Also ihr müsst dann in der Software auch ein bisschen was verändern. Und zwar ist das... Ich habe mir das extra mal hier den Karton mit rausgeholt. Ist das für ein... Ein Radius von 30 Grad. 38 Grad und 46 Grad. Also ich habe jetzt 46 Grad. Der ist auch richtig butterweich. Also ne, butterweich nicht. Also er hat schon so ein bisschen Gegendruck. Aber man kann wirklich super steuern. Und ich war auch... Muss ich wirklich sagen, bevor ich den ersten Naken hatte von diesem Konzept, das jetzt aussieht wie der Xbox-Controller, nicht angetan. Muss ich so sagen. Ich war überhaupt nicht angetan. Weil ich habe mich daran gewöhnt, dass die Analog-Sticks hier halt unten sind. So sind sie wie bei der Playstation 2. Dass man so steuern kann. Und dann oben mit dem irgendwas hat, was man dann im Menü stellen kann oder so. Und dann hat man seine Tasten. Aber seitdem habe ich das Design echt sehr schätzen gelernt. Es ist wirklich richtig geil. Es macht richtig Spaß damit zu zocken. Und bei Shootern zum Beispiel oder auch bei Assassin's Creed ist das wirklich angenehm. Weil die Daumen nicht alle auf der gleichen Höhe sind. Sondern weil der hier oben ist. So wie wir es früher vom Steuerkreuz kennen. Ist der jetzt hier oben. Der hier unten. Das ist ein sehr entspanntes und sehr geiles Zocken. Und auf jeden Fall für die Daumen sehr angenehm. Irgendwann könnt ihr das damit begrenzen. Muss eingestellt werden. Dann die Tasten. Ich muss mal mal den holen. Ich weiß nicht, ob man es im Video vernünftig sieht. Guckt euch mal die... Wartet mal. Ich mache mal so. Vielleicht sieht man es dann noch ein bisschen besser. Wartet mal. Machen wir mal so. So. So, dass wir auf der gleichen Höhe sind. So. Ich weiß nicht, ob ihr das vernünftig erkennen könnt. Die Tasten vom Naken. Dreieck, Viereck, X, Kreis. Die sind ein Tick größer als die vom Originalkontroller. Macht aber nichts. Ist im Gegensatz voll geil. Auch für dicke, fette Finger ist er super geeignet. Was ich richtig geil fand, was sie hier auch übernommen haben von dem Naken. Der hat das nämlich auch. Ich zeige euch die Seiten, die Schultertasten. Seht ihr das, dass L1 und R1 so ein bisschen weit größer sind und ein bisschen mehr rumgehen? Das hat der hier auch. So, ich zeige euch das mal. Und hier haben wir aber dann halt noch, dass das so ein bisschen mehr gebogen ist. Ich zeige euch das mal vom anderen Naken. Hier. Ist so ein bisschen kleiner. Hier haben wir die Schultertasten ein bisschen größer. Und das Konzept ist wirklich geil. Also, wenn man jetzt, egal, ob du hier vorne machst, ob du hier hinten machst, ob du mittig machst, ob du den kompletten Finger drauf hast, du hast einen richtig schönen Druckpunkt. Und vor allen Dingen, dadurch, dass das so schräg ist, es liegt einfach angenehm in der Hand. Und auch hier, dann kannst du schnell mal, brauchst nicht rufhämmern. Bei Shootern mache ich das einfach nochmal so. Ja, also das kannst du ganz schnell runterrutschen. Voll geil. Funktioniert super. So. Ihr müsst nicht die vorhandene Software nehmen, um das einzustellen. Aber über die Software geht mehr einzustellen. Ich werde euch das jetzt erstmal zeigen, was wir denn noch haben. So. Fangen wir jetzt erstmal an mit den Gewichten noch. Die verbergen sich da hinten. Die könnt ihr dann einfach so rausnehmen und halt mit anderen Gewichten austauschen. Vibration hat er auch. Und raufmachen tut er das ganz einfach. Einfach raufsetzen und zack, hochschieben und dann ist er zu. Wir haben jetzt hier vier Tasten insgesamt. Seht ihr das? Die beiden hier. Und hier haben wir noch Tasten und hier oben. Da kommen wir jetzt dazu. Wir fangen erstmal mit denen unten an. Der hat, also für VR-Spiele kann ich euch sagen, ist der bedingt bedingt benutzbar. Wenn ihr die Leitbar braucht, also die hier, das ist der Einzelcontroller, den ich habe, der die Leitbar komplett hat. Alle anderen habe ich die Leitbar abgeklebt. Wenn ihr einen Spieler habt, die die Leitbar benötigen, könnt ihr mit dem nicht spielen. Das funktioniert nicht, weil der Controller nicht eingemessen werden kann von der Playstation, vom VR. Wo ist der Controller? Wir können praktisch mit dem Dongle, wir können aber auch mit mit dem USB-Kabel an der Playstation ran. Wir haben ein Klinkenkabel dran. Der integrierte Lautsprecher ist hier weg. Also wenn ihr Spiele habt, wie zum Beispiel Shooter, wo Funksprüche über den internen Lautsprecher kommen, das müsstet ihr dann im Spiel umschalten, damit es auf ZZ oder auf allgemein über die normale Anlage kommt, weil sonst hört ihr das nicht, weil hier ist kein Lautsprecher drin. So, dann haben wir die Möglichkeit, dass wir den auch mit dem PC nutzen können. Es gibt den gleichen auch nochmal für den PC, habe ich gesehen, wenn ich mich nicht wieder verguckt habe. Aber der hat halt eine offizielle Playstation-Lizenz. Seht ihr? Und so, die einzelnen Unterschiede, die ich jetzt hier sehen habe, zwischen dem und dem, der nicht von Playstation lizenziert ist, der hat keinen Share-Knopf gehabt und diese Touchpad, hier seht ihr das schlecht, hier sind die X-Kreis-Viereck-Dreieck und so was, hier sind die Knöpfe, ihr seht das nur so ein bisschen grau, aber da sind die Icons drauf. Das könnt ihr jetzt schlecht sehen. Das ist eigentlich das Einzige, was ich so optisch jetzt gesehen habe an Unterschieden. Egal, kommen wir weiter. So, wir fangen jetzt erstmal an mit diesen Tasten hier unten. Damit könnt ihr das Mikrofon stumm schalten, das ist ja hier, könnt ihr da ran schalten. War das Mikrofon? Genau, das ist das Mikrofon. Wenn ihr ein Headset dran habt. Wenn ihr aber nur sagt, der Frau zockt, zockt nicht, Frau will irgendwas lesen und gehe mit dem Zocken am Fernseher, weil es so laut ist, auf den Sack. Ich habe aber kein Headset. Ich kann es da auch hier ganz normal Kopfhörer anschließen. Die kann man da dann normalerweise über die Playstation nicht wirklich einstellen. Dafür habt ihr dann hier praktisch diese B-Tasten. Damit könnt ihr, wenn ihr hier nur ein Kopfhörer anschließt, den Kopfhörer laut und leise machen. Dann haben wir hier, ich mache mal ganz hoch, hier so ein Drehschalter, das ist für PC. Das ist für Playstation. Und das war, das untere ist auch für Playstation, das war irgendwie mehr gemacht oder so. Ich habe keine Ahnung, jetzt ehrlich gesagt. Hiermit könnt ihr, weil habe ich nie benutzt, ich habe den eigentlich immer auf, nee Quatsch, ich habe den auf unten gehabt. So. Hiermit könnt ihr den aussuchen, wo er betrieben wird, über Dongle oder über USB. Und das ist die Mode-Taste. Steht da eine Mode dran? Nee. Profil-Taste heißt sie. Profil-Taste, damit könnt ihr ohne die Software diese vier Tasten hier hinten einstellen. Das werde ich euch auch gleich zeigen. Dafür machen wir den jetzt erst mal an. So, jetzt ist er an. Oben seht ihr Profil 4. Hier leuchtet es blau. Und das heißt, nee, welcher Player man ist, ist hier unten zu sehen. Blau, kann auch grün oder rot leuchten. Je nachdem welcher Player ihr seid. Und, hoppala, hier, das leuchtet je nachdem, was für ein Profil. So, ich mache jetzt mal PC-Profil, ist lila. So, dann das Playstation-Profil, ist rot. Und, das individuelle, ist blau. das habe ich immer gehabt. So, könnt ihr sehen. Gut. Ähm, jetzt wollen wir die Tasten verstellen. Das heißt, diese vier Schultertasten wollen wir verstellen. Dafür, so, da bin ich wieder, Frauchen war gerade unten. Wir waren stehen geblieben bei den Zusatztasten. Die wollen wir jetzt einstellen. Dafür müssen wir jetzt, ich muss jetzt mal gucken, welches Profil habe ich? Genau. Ihr müsst in das Profil, wo der Ring blau leuchtet. Ja, seht ihr das? So. Dann haltet ihr drei Sekunden, waren das oder vier? Ich weiß es gar nicht. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ja, bis das pulsiert. Und hier oben, die Tasten sind jetzt wichtig, weil die Tasten hier hinten, die haben alle eine Bezeichnung. Also, S1, wo war denn das hier? S4, S3, S1 und S2. Also, auf der rechten Seite, äh, oben, S1, dann S2, S3, S4. So, er pulsiert immer noch, seht ihr? Und jetzt, ich drehe euch das mal um, dass ihr das seht. So. Seht ihr das, dass der blaue Balken da, Moment, ich muss nochmal drücken. Achso, der ist vom Strom nur aus, ja, so. das geht halt hier weiter. Und das sind die verschiedenen Knöpfe. So, wir wollen den jetzt einstellen, wir drücken dafür einmal S1, dass, äh, das praktisch auf dem ersten ist und dann machen wir einfach mal ein X hin. Dann blinkt der, ich zeige es nochmal mit S2, so, S2 und da wollen wir Kreis hin machen. Da blinkt das kurz auf und wenn es fertig ist, ist es schon gespeichert. So, S3 machen wir Dreieck und S4 machen wir Viereck. Jetzt einfach wieder den Knopf hinten gedrückt halten, zack, und schon ist es eingestellt. Und dafür braucht ihr nicht mal die Software. Funktioniert wirklich richtig, richtig geil. So, jetzt werden wir uns aber mal die Software angucken. Dafür muss ich, bevor wir das machen, die Aufnahmesoftware mal nach oben switchen und dann PS4 streamen. So, ich muss jetzt die Software einzeln aufnehmen, groß, weil immer wenn ich die an und aus gemacht habe, wenn man die nur auf dem Desktop gesehen hat, ist mein Desktop schwarz geworden. Also, nicht hier, für mich nicht, aber im Stream-Programm. Wir müssen noch den Dongle schnell anschließen. Moment, der ist jetzt dran. So, dann gehen wir erstmal hier unten auf Updates, dass ich euch das zeigen kann. ist auch alles bei mir auf dem aktuellen Stand. Und hier unten seht ihr auch die Firmware, die Software-Version, die Dongle-Version. Da könnt ihr dann gucken, ob ihr auf dem aktuellsten Stand seid und updaten. Dann haben wir hier das PC-Profil und hier für Playstation. Hier haben wir halt auch verschiedene Möglichkeiten. Ihr seht, Profil 1 habe ich schon benannt in Odin. Hier haben wir noch FPS, FPS Pro und hier unten hatte ich auch einen Odin mal zum Testen gemacht. Das könnt ihr ganz einfach machen, wenn ihr hier rauf geht. Dann könnt ihr jetzt hier Odin reinschreiben und bestätigen und dann ist es halt, seht ihr ja, umbenannt. Und hier könnt ihr dann auch noch die Standard-Dinger machen. Wir machen jetzt mal ein Arcade. Ja, so kann man das dann eigentlich so die groben Profile, vier Stück habt ihr an der Zahl, könnt ihr dann hier einstellen. Zusätzlich könnt ihr ein neues Profil erstellen. Das ist eigentlich das, was wir jetzt hier gemacht haben. Neu. Ja, und dann könnt ihr da einen Namen rin setzen. Das machen wir jetzt einfach mal nix. Dann schreibe ich hier nochmal Odin rein. Abbrechen geht leider nicht. So. Und dann sind wir halt in dem Profil erstellen drin. Ihr habt da wirklich ein Arschvoll an Möglichkeiten. Genauso könnt ihr dann halt für den PC einstellen und Updates jetzt wieder zurück zu den anderen Einstellungen, dass ihr Profil laden könnt und sowas. Geht jetzt so nicht. Da müsst ihr das dann erstmal neu starten. Aber wir gehen jetzt erstmal durch, was wir hier die Möglichkeiten haben. Hier können wir den linken Analog-Stick einstellen. Die Empfindlichkeit. Hier können wir den rechten Analog-Stick einstellen von der Empfindlichkeit. Also ich habe eigentlich Standard gelassen. Ich habe mal versucht, was zu stellen und dann hatte ich festgestellt. Dann war das halt nicht so schön. Hier sind auch die Tasten. Ihr könnt auch hier L und R umdrehen. Also wenn ihr jetzt, wenn ihr sagt hier, der ist jetzt gerade am Laden dran. Deswegen kann ich euch das nicht zeigen. Ihr wollt nicht mit dem hier oben bewegen. Ihr wollt mit dem hier hinten bewegen. Ihr seid halt Linkshänder und wollt lieber hier bewegen. Ja. Und dann könnt ihr hier oben die austauschen. Praktisch. Und ihr könnt auch die separaten Einstellungen dafür dann natürlich vornehmen. Ja. So. Dann könnt ihr hier die Empfindlichkeit, also ab wann praktisch der Ach so. Falsche Controller. Ab wann die Knöpfe hinten funktionieren, die Schultertasten. Das ist halt für Shooter ganz gut. Da könnt ihr das dann halt hier begrenzen. 33 Grad. Und hier können wir von 100 auf 50. Ja. Oder dass er halt gleich schon bei bei Null anspringen soll oder so. Das ist dann komplett euch überlassen. So. Dann haben wir hier noch linken und rechts, also links und rechts könnt ihr dann noch anpassen. Ihr könnt auch Testberichte machen. Dann könnt ihr dann sehen, wie weit der hier so rumgeht. Ich mache jetzt übrigens den R3. Also das Steuerkreuz oben. Jetzt mache ich unten. So. Jetzt haben wir das vertauscht. Müssen wir hier nochmal auf. Zack. Und speichern. Und jetzt testen. Jetzt mache ich oben. Und jetzt ist wirklich oben. Und unten ist wirklich unten. Wir können auch hier, seht ihr nicht, auch die Tasten Select. Ach Quatsch. Share Button. Und Option. Die Schultertasten. Und hier könnt ihr dann halt sehen, ab wann. Der hat hier wirklich, ab hier, minimal drücke ich rein. Und der hat schon einen Druckpunkt. Auch hier. Und wenn ich komplett durchdrücke, halt so. Also ihr braucht ich habe mich mit dem Verstellen aber jetzt nicht so auseinandergesetzt, weil ich habe es einmal versucht und hat verstellt und dann war es halt naja und dann hiermit schickt er das dann zum Controller. Okay und dann ist es beim Controller. So. Jetzt müssen wir das nochmal neu starten, damit wir nochmal vorne in das Menü kommen. Wo haben wir denn denn? Die Software. Zack. Da ist es. So. Wie gesagt, Updates habe ich euch ja gezeigt. Ihr habt da dann die Möglichkeit, wie gesagt, die Updates zu machen. So. Und wenn wir auch hier auf Playstation sind, wir waren jetzt auf neues Profil, Profil bearbeiten, ist im Prinzip das gleiche und dann haben wir Herunterladen, da kommen wir gleich dazu und Allgemeine Einstellungen. Also das habe ich euch ja auch gezeigt und beim Herunterladen, Teilen, da kommen wir gleich dazu, da machen wir erstmal die Allgemeineinstellungen. Ja, da könnt ihr dann halt hier auch die Empfindlichkeit einstellen. Warte, welcher war das? Sieht man hier was? Hier sieht man nichts jetzt. Effekt, also Geschwindigkeit könnt ihr hier alles anpassen. Ich habe es mir ehrlich gesagt, nicht getraut, hier irgendwas anzupassen. Muss ich dazu sagen, das ist mir dann zu tief rein gegangen. PS4 und jetzt wollen wir auf Teilen. So, da machen wir dann hier drauf drücken, dann öffnet sich eine Webseite, die gucken wir uns auch gleich an. Dafür muss ich gleich das hier alles ein bisschen umarbeiten und dann haben wir auch noch Profil teilen. Ja, die kleinen Zahngrad. So, und hier ist halt das Problem, ich komme jetzt hier halt nicht mehr zurück. Wenn ich hier ruf drücke, kommt natürlich noch die Naken Webseite und der Tag gleiche haben wir jetzt mit PC und Updates. Wir kommen aber nicht wieder von Updates, von Teilen wieder zurück in die andere Einstellung. So, ja. Dann müssen wir das nämlich nochmal neu starten. Ja, Playstation. So, Profil bearbeiten, will ich euch nochmal zeigen. Da seht ihr, da kommt er wirklich dann nur dahin wieder, wo er war. So. und allgemeine Einstellung hatten wir ja. So, dann können wir nämlich jetzt hier das ausschalten. Also ich muss nochmal neu starten. Moment. So, da sind wir jetzt auch auf den beiden Webseiten, was ich euch gesagt habe. beziehungsweise ein und dieselbe Webseite mit Unterpunkten. Wir sind jetzt hier beim Profil herunterladen und hier ist ein Profil hochladen. da Profil importieren. Ihr könnt da den Profil namen, ihr könnt eine Beschreibung machen, ja, ihr könnt ein Spiel auswählen und den Controller auswählen. Habe ich so noch nicht gemacht. Ihr müsst aber eingeloggt sein. Ich bin eingeloggt, da muss man ein Konto hier erstellen. Ist aber auch kein Hexenwerk. So, und runterladen. Da, ja, gibt es ein bisschen Probleme. Also nicht direkt beim Runterladen, sondern beim Suchen. Was nehmen wir da jetzt? Ich nehme mal, ich zeige euch das einfach mal. C-O-D. So, hier wird mir C-O-D sogar angezeigt. Und dann sage ich suchen. So, und er findet nichts. Ich kann auch sagen C-O-D und dann nehmen wir einfach mal Black Ops 4 und ein Stück hier bestätigen und er findet wieder nichts. So. Wir können hier nach Plattformen, nach Spieltiteln können wir, ja, und wir können nach Sterne, nee, nach Datum können wir machen. Und wenn wir jetzt hier durchgucken, wir nehmen, also hier ist auf jeden Fall ein C-O-D mit bei. Hier unten, Modern Warfare zum Beispiel. Ich kopiere jetzt einfach mal den Namen, so wie er hier drin steht. Modern Warfare. Gibt den jetzt hier ein, na, V und sagt bestätigen. Ja, da findet er doch immer. Aber ja, nur mit dem kompletten Namen. Und wenn ich jetzt hier nur C-O-D habe und bestätige, findet er gar nichts. Und wenn ich jetzt hier einfügen, Modern Warfare suche, bestätigen, findet er auch nichts. nur mit dem exakten Namen. Und das finde ich, muss verbessert werden. Also das ist wirklich ein Kritikpunkt, wenn ihr ein Profil sucht. Viele wollen ja ihr eigenes Profil haben. Aber trotzdem, wenn ihr ein Profil sucht, ist es sehr kontraproduktiv, wenn ihr wirklich den exakten Namen da reinschreiben müsst. Weil ihr wisst ja nicht, haben sie es unter COD, haben sie es unter Modern Warfare. Ja, das ist halt unterschiedlich. Und hier durchsuchen, ist halt auch. Sind jetzt momentan nur drei Seiten. Wir können jetzt mal gucken, ich suche gerade ein schönes Profil mit Division 2. Das habe ich auch. So, und das hat sogar fünf Sterne. Können wir uns hier angucken. So. Und dann können wir das auch runterladen. Das ist der Name, glaube ich, von dem er mit ist. Und dann geht ihr hier auf runterladen und dann könnt ihr da, wird hier so eine Datei runtergeladen. Seht ihr ja hier unten, ich habe extra schon eine runtergeladen von Sovitscha oder was das war. Damit, wenn es hier rübergeschoben wird, dass ihr das seht. Und die könnt ihr dann einfach bei Profil importieren, könnt ihr die dann einfach drin machen. Das ist kein Problem. So. Das kann ich euch jetzt aber nicht zeigen, weil dann kackt der Bild schon wieder ab. So. Dann sind wir auch fertig damit. Wir haben uns den jetzt komplett angeguckt und alles eingestellt oder gezeigt, da habe ich es euch. Kommen wir jetzt zu meinem Endfazit. Wartet, dann nehme ich mir mal wieder zurück. Weil der ist ja hier mit Dongle ist der ja an dem Verteiler. Oh, ich muss den Dongle wieder suchen wollen. Oh, scheiße. So. Post hat geklingelt. Ich musste jetzt nochmal einen Cut machen. Wir kommen jetzt zu meiner Bewertung vom Naken Controller. Ich vergesse den Namen immer wieder. Ich muss da nachgucken. Das ist der Naken Revolution Ultimate Pro Controller. Ich habe es nicht immer nur Revolution oder Ultimate gesagt. Mein Namensgedechnis ist halt nicht so toll. So. Ich habe mir auch den anderen nochmal dazu geholt. An sich ein wirklich geiler Controller. Ich kann ihn wirklich empfehlen. Für Enthusiasten und für Leute, die wirklich viel damit zocken. Weil der Preis von mit 159 Euro ist natürlich kein Pappenstiel. Also würde ich jetzt so von meinem Spielverhalten denke ich mal momentan auch nicht investieren. Ich hatte ihn ja wie gesagt nur zum Testen. Aber es ist ein Top Controller. Top verarbeitet. Top Qualität. Er macht das, was er soll. Er liegt so geil in der Hand. Wirklich extrem geil. Die Einstellungsmöglichkeiten extrem viel. Für mich teilweise zu viel. Deswegen sage ich für Enthusiasten, die können die Zeit haben, die können sich damit beschäftigen. Und einstellen, machen, tun. Das ist wirklich ideal. Aber da fehlt mir momentan einfach die Zeit für. Ich bin jedenfalls sehr begeistert von ihm. Das Einzige, wo ich sage, was man noch verbessern könnte an diesem Modell, dass man vielleicht die Gewichte da noch vielleicht 20 oder 18 noch dazu packt. Ein paar Gramm mehr. Weil der liegt zwar geil in der Hand, aber ich würde mir noch ein paar Gramm mehr wünschen. Das ist das einzige Manko, was ich jetzt hier habe. Sonst habe ich hier kein Manko. Er liegt wirklich wunderbar griffig in der Hand. Ich hatte ein bisschen Probleme hier mich damit anzufreunden. Ich habe es dann zum Schluss gar nicht mehr benutzt bei den meisten Spielen. aber er liegt wirklich gerne in der Hand. Die Druckpunkte sind super. Für dicke Finger ist er geeignet. Auch die Paddles sind hier größer. Das, was ich mir gewünscht habe. Wirklich ein Hammer-Controller. Einfach nur zu empfehlen. Aber ich würde mir gerne was wünschen von Naken. Aber das ist jetzt wirklich, das ist jetzt nicht meckern. Das ist jetzt nur mein persönlicher Wunsch. Meiner. Vielleicht sieht Naken das ja und sagt sich, Mensch, das ist eine geile Idee. Das machen wir. Weil Naken hat ja die normale Serie. Das ist jetzt die preisgünstige Variante. Ja, das seht ihr ja. Und halt das Flaggschiff. Das ist dieser. So. Moment. So, meine große kam gerade. So, ich habe mir nochmal schnell in der Zeit, wo ich mit der großen Quatsch habe, nochmal schnell eine Liste gemacht. Modellreihen. Also die haben einmal den ganz normalen mit Kabel. Aber ich kriege jetzt einfach nur die von, die Wireless gebunden sind. Das sind einfach die beiden, die man ohne Kabel nutzen kann. Meine Playstation ist da hinten. Ich will hier kein 5 Meter Kabel, außer ich mache ich Katzen. Können sie anknabbern. Ist halt unpraktisch. Das gibt auch eine Zwischenmöglichkeit. Aber der ist halt Kabel gebunden. Den gibt es noch nicht in Wireless. Das ist der Revolution Pro Controller 2. Also da gibt es halt einen Version 1. Da ist so ein Schraubkabel dran gewesen. Und dann 2 hast du dann halt RGB und dann halt so ein Stecker. Den gibt es noch nicht in Wireless. Wenn es den noch in Wireless gibt und der sich bei so wie der andere so bei 90 Euro, 100 Euro einpendelt, ist das schon mal so ein Zwischending davon schon mal gut realisiert. Aber ich würde mir das ist jetzt nur mein mein Wunsch. Ich würde mir gerne wünschen von Naken bringt den nochmal. Das ist der ganz normale Standard. Der 59 Euro. Der nennt sich auch habe ich mir auch aufgeschrieben. Nicht nur Wireless Controller. Der nennt sich Asymmetric Wireless Controller. Den würde ich mir wünschen. Genau diesen. Aber mit den Verbesserungen von dem oder von dem jetzt habe ich den Namen wieder vergessen. Revolution Pro Controller. Bei dem Revolution Pro Controller da macht man die die Gewichte nicht hier einfach so ab und macht ein Gewicht rein. Bei dem Revolution Pro Controller hat man hier unten so was man aufdrehen kann dann kann man so was raus kann man die Gewichte rausziehen. Ja also ich würde mir jetzt eine Mischung aus den drei Controllern wünschen. Also dem Revolution Pro Controller den Ultimate und den Standard Controller und zwar damit es nicht so teuer wird. Und vor allen Dingen für Leute die jetzt den Schnickschnack mit den Tasten jetzt zum Beispiel nicht brauchen. Ich würde mir erstmal wünschen dass das hier hinten gummiert ist so wie hier. Ja die Gummierung das würde ich mir wünschen. Zusätzlich würde ich mir wünschen dass man hier Gewichte reinpacken kann. Dann würde ich mir wünschen dass man die Gewichte wie hier ja dass die auch untereinander kompatibel sind aber dass man da vielleicht zu den 16 Gramm was der höchste ist vielleicht noch ein bisschen was dazu packt. 20 18 19 19 Gramm 20 Gramm sowas in der Art damit da noch ein bisschen schwerer in der Hand liegt finde ich persönlich angenehmer. Gummi Gewichte Wireless natürlich muss er fähig sein und den Analog Stick der muss auch größer werden bei beiden ich weiß nicht ob man das jetzt wartet mal ich kann mal versuchen dass man das jetzt irgendwie sehen kann ich kann den ja Gott sei Dank bei dem einen abnehmen seht ihr das? so wenn ich die jetzt direkt nebeneinander halte da seht ihr das dass der vom anderen von dem hier viel größer ist und das macht sich beim Zocken extrem bemerkbar kann ich euch nur so sagen so auch der untere ich muss mal gucken dass ihr das auch vernünftig seht so auch der untere ist wesentlich größer und da würde ich mir dann halt wünschen dass wie gesagt Gummierung Gewichte mehr Gewichte und die Pedals also die Auflagen von den Analog Sticks größer größer so wie bei dem hier das würde ich mir wünschen ohne Tasten LED vielleicht wäre schon geil aber muss nicht sein man muss auch nicht abnehmen können einfach nur wirklich preisgünstig was tiefer halten dann wäre ich wäre so happy Leute das könnt ihr euch nicht vorstellen weil ich muss echt sagen ich habe ein bisschen ich hatte da echt Gewöhnungsbedürfnis mit dem hier das war jetzt nicht so ich bin dann später damit klar gekommen aber ich würde mir halt auch für wenn ich jetzt für meine Tochter einen Controller hole und die sagt ich brauche eben vernünftig mit Gewichten oder so 159 ist schon heftig wenn man den hier vielleicht anstatt für 59 mit dem gummierten mit den Gewichten größere Panels würde nicht so teuer werden wenn man den für 69 79 anbieten würde also 79 so wäre so die Mitte von dem ja also das wäre schon ideal muss ich mal so sagen also da würde ich mich noch einen Arsch freuen aber das ist wirklich nur meckern meckern ist es ja nicht das ist nur ein Wunsch von mir könnt mir ja in den Kommentaren schreiben ob das für euch auch was wäre also praktisch der mit mehr also einfach dass es größer ist und dass man das Gewicht einstellen kann und gummiert weil das ist hier wirklich nur Plastik das ist hier nicht gummiert ein bisschen rau gemacht aber nicht gummiert und seit ich den jetzt hier in der Hand hatte und das gummierte und wie geil der in der Hand liegt und vor allem mit den Gewichten es klingt jetzt wirklich bescheuert ich weiß dass es bescheuert klingt aber es ist wirklich ein ein Unterschied beim Zocken wie Tag und Nacht es klingt doof aber ich weiß aber es ist wirklich so selbst wenn man die Tasten nicht benutzt und einfach nur den so zum Zocken nimmt ganz normal Zocken nimmt durch die Gewichte und dass die Analog Sticks größer sind ist das das ist Unterschied wie Tag und Nacht das ist ich weiß das klingt total bescheuert ich weiß das ich hab's mir auch nicht so vorgestellt ich dachte auch ja Gewichte halt und so ist mein erster mit Gewichte aber es ist wirklich komplett was anderes und aber nur wegen den Gewichten würde ich jetzt nicht 159 Euro ausheben sag ich so wie das an sich ein wirklich geiler Controller den ich wirklich nur empfehlen kann für Enthusiasten und Leute die gerne was ausprobieren für den normalen Nutzer der halt am Tag mal in zwei Stunden spielt da glaube ich ist das eher nichts weil dafür ist er zu teuer und ich glaube nicht dass ein normaler Nutzer den so da alles nutzen kann und da braucht man auch Zeit um das ganze einzustellen also ich glaube es eher weniger muss ich so sagen ihr seht ich verpacke das schon ist jetzt auch alles verpackt jetzt geht es in den Karton und dann geht es leider 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 zur Post und auf die Reise ich hoffe wie gesagt ich konnte euch helfen wenn ihr Fragen zu dem Controller habt in die Kommentare posten ich werde mein Beste tun euch die Fragen zu beantworten ich bin dann mal weg bis zum nächsten Mal Aoi seid euer Odin Odin's Test Untertitelung des ZDF, 2020